Hallo meine Freunde, hallo meine Rockstars, hallo meine Fans. Ja, euer René Rodriguez hier. Es gibt echt einen wichtigen Grund, warum ich jetzt das Video mache. Und zwar, dass es ein Aufruf für alle Fans, für alle Unterstützer, vielleicht auch Haters, die mir einen kleinen Traum erfüllen können. Und zwar, ich bin ja heuer nominiert für den Amadeus Award in Best Dance Electro. Und dieses Voting geht einmal wöchentlich auf der Seite von Amadeus. Zur Erklärung, Amadeus ist wirklich, ich glaube, einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Preis in ganz Österreich, was alle Musiker angeht. Und ich habe das wirklich damals schon als kleiner Junge im Fernsehen gesehen, wie meine Vorbilder damals eigentlich den Preis gewonnen haben. Jetzt ist es ein bisschen schräg, jetzt bin sogar ich nominiert. Aber deswegen, es wäre echt ein Traum, von mir den zu bekommen. Und das entscheidet wirklich nur ihr. Ihr kennt meine Einstellung. Ich finde einfach, der Künstler ist nur so viel wert, so viel die Fans auch hinter einem stehen und unterstützen. Und deswegen, jetzt liegt es wirklich nur an euch. Ihr könnt voten, einmal wöchentlich. Ich poste jetzt so einen Link darunter. Da kommt ihr direkt zum Voting. Und ich bin dann, glaube ich, zweite Seite bei meiner Kategorie. Das heißt, erste Seite kommen andere Schlager. Fuchs, weiß ich nicht. Und dann kommt zweite Seite Best Electro Dance. Oder dritte Seite. Einmal weiterklicken, glaube ich. Und dann einfach bitte für René Rodríguez abstimmen. What else? Und dann einfach bitte E-Mail-Adresse eingeben. Kommt zu einem Fenster. Dann noch die Voting-Bestimmungen anklicken. Das ist ja normal. Dann bekommt ihr eine Mail zugeschickt. Du hast teilgenommen. Und dann ist ein Link in der Mail ganz, ganz wichtig. Und einfach nur draufklicken. Dann ist sozusagen euer Voting bestätigt. Und zählt auch. Also das wäre echt super. Und ja, ich würde mir echt eine Freude machen. Und wir haben so viele schöne Momente bis jetzt gehabt. Und das wäre echt auch ein schöner Moment, den zu bekommen. In diesem Sinne würde mich freuen. Euer René Rodríguez. Dankeschön.